Servus ihr Lieben, Boris hier. Ich mag euch einmal mitnehmen zum zweiten Teil meines Vlogs. Im letzten Teil habe ich euch erzählt, wie sich das erste Jahr meiner Reise gestaltet hat und wie die Reise überhaupt begonnen hat, was meine Ansprüche damals waren, was meine Sehnsüchte waren, was mich dazu bewogen hat, alles was ich kannte und gewohnt war im Leben zu verlassen. Jetzt sind wir so weit, dass bald das siebte Jahr meiner Reise auch beendet ist, also das achte Jahr nun beginnt. Ich bin mittlerweile nicht mehr nur noch mit dem Rucksack unterwegs, sondern auch noch mit dem Hund und dem Instrument. Also es gibt ein bisschen was zu schleppen auch und ich mag euch gerne nun einmal mitnehmen, wie sich denn nun nach dem ersten Jahr, also chronologisch sind wir jetzt, 2015 ist vorbei, Ende 2016, wir gehen auf 2017 quasi zu, meine Ankunft auf La Gomera, dieser unglaublich magischen Insel, auf der ich nun nach wie vor immer noch lebe. Willkommen in einer der Höhlen dieser Insel. Könnt ihr euch mal kurz hier umschauen, es gibt richtig viel zu sehen, wie ihr seht so. Ja, mein Motto ist ja generell immer, keep it simple, habe ich mir beibehalten über all die Jahre. Genau, so schaut es hier bei mir innen drin aus. Und wie ist das damals eigentlich passiert? Also wie bin ich hier überhaupt auf der Insel gelandet? Wie macht man sowas irgendwie? Wie können so die Schritte sein? Wie sah das bei mir aus? Ich war auch nicht alleine, habe immer eigentlich ganz tatkräftige Unterstützung diverser Freunde oder Fremder gehabt, Menschen, die mich begleitet haben auf meinem Weg. Es ist generell so die Art, glaube ich, wie ich nicht nur am besten, sondern auch am liebsten tatsächlich auch lerne, mich inspirieren zu lassen von Menschen, die eben bereits Dinge tun, die ich mir wünsche oder Eigenschaften besitzen, nach denen ich mich sehne. Und ich finde, von glücklichen Menschen kann man generell am besten lernen, denn anscheinend haben die ja irgendwie was richtig gemacht, sonst wären sie ja nicht immer noch glücklich. Und so habe ich mir quasi immer das Glück gehabt, einerseits, aber auch bewusst ausgewählt, eben mit bestimmten Menschen meine Zeit verbringen zu wollen. Ich bin mal im ersten Teil des Videos ausführlich darauf eingegangen, wie sich so das erste Jahr der Reise dann eben gestaltet hat, indem ich immer wieder bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Menschen einfach besuchen durfte, mit denen Wochen, Monate gemeinsam zusammenleben durfte, mir so meine Scheiben einfach abgeschnitten habe von jedem, wo ich dachte, Mensch, der hat Charisma, Mensch, das, was der sagt, was der tut, das ergibt irgendwie Hand und Fuß, macht einfach irgendwie Sinn, so zu leben, also ganz offensichtlich, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie mache ich das denn aus meiner unbeholfenen Situation heraus nun, ohne jeglichen Plan, dahin zu kommen, an dieses Ziel, was ich ja im Anderen quasi verkörpert sehe. Ja, und da gibt es für mich irgendwie keine naheliegendere Lösung, zumindest dachte ich mir das damals, das ist der einfachste Weg und ich bin heute nach wie vor davon überzeugt, sich einfach inspirieren zu lassen von anderen Menschen, sich eben seine Scheiben abzuschneiden von anderen und stückweit einfach so dazu beizutragen, dass man selber auch mehr und mehr sich dahin entwickelt und so wird, wie man es sich wünscht, um eben auch verschiedenste Irrwege und Umwege im Leben sich einfach zu ersparen. Ich meine, kann man alles machen, das Leben ist eh, egal ob man jetzt so einen Weg geht oder so einen Weg, ist einfach nur eine Reise so, einfach nur genießen bitte. Ich denke mir einfach, und das ist jetzt meine Art so, muss nicht jeder so machen, bestimmte Wege mag ich einfach gar nicht gehen, so. Und bestimmte Konsequenzen mag ich mir einfach prophylaktisch vorbeugen quasi schon ersparen. Das muss ich nicht haben, so. Ich muss jetzt nicht alles ausprobieren, um dann im Nachhinein zu realisieren, dass das nicht meines ist, sondern ich, bestimmte Dinge kann man sich im Vorfeld auch einfach schon denken, finde ich. Muss einfach nicht sein. Und stattdessen seine Kraft, ich meine, jedes Menschen Kraft, Energie, Fokus, Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit und auch Zeit im Leben ist einfach begrenzt. Und damit einfach möglichst produktiv und effektiv umzugehen, ist so mein Anspruch auf jeden Fall. Möglichst viel erleben zu wollen, mir möglichst viel aneignen zu können und einen möglichst zielstrebigen Weg einfach auch im Leben gehen zu können, zu wollen. Ja, da gehört jetzt auch einiges so mit dazu. Und eben unter anderem, dass man alles, was nicht zu diesem Weg gehört, den man für sich selber bestimmt, Bestimmung fängt damit an. Ich meine, es ist immer so die Frage, was ist denn das Lebenssinn und was ist meine Bestimmung und wie finde ich die? Ich bin überzeugt, Bestimmung beginnt damit, dass wir etwas bestimmen, also eine Richtung, ein Ziel deklarieren und dann kann sich erst in der Folge ein Leben gestalten, das sich eben dieser Richtung oder diesem Ziel unterordnet beziehungsweise diesen Wunsch, den man für sich selber klar vor Augen hat. Alles, was dann noch passiert, jeder Ort, den man besucht, jede Fähigkeit, die man sich aneignet, jeder Mensch, den man trifft, dem einfach dient. Aber dafür braucht es erstmal diese Richtung, dafür braucht es erstmal diese Bestimmung, die jeder selbst nun für sich auswählen kann. Und tut man das nicht, vielleicht muss das auch nicht für jedes Leben gelten so, aber ich habe das Gefühl, bei mir ist es auf jeden Fall so. Tue ich das nicht und habe ich nicht dieses Ziel vor Augen. Und der Weg muss jetzt dabei nicht immer geradeaus sein, also wird er in den wahrscheinlichsten Fällen eh nie sein. Es ist immer ein bisschen rumirren, es ist immer ein bisschen ausprobieren, experimentieren, sich während des Weges dann doch nochmal neu entscheiden, nochmal eine neue Richtung deklarieren, ist alles völlig in Ordnung so, ne? Aber nur wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, weiß ich auch, wofür ich die Dinge tue und was jetzt gerade auch wertvoll oder wichtig oder relevant oder eben richtig für mich in meinem Leben ist, weil es mir eben dient, diesen Weg zu erreichen und zu gehen oder eben nicht. Und dann kann ich es auch direkt schon lassen einfach, denke ich mir. So, jetzt habe ich Ende 2016 die Gelegenheit gehabt, auf dem zweiten Utopi-Wall, weiß gar nicht, ob wir das schon thematisiert haben, im letzten Video, das erste auf jeden Fall, dann gab es ein Jahr später ein zweites Utopi-Wall und da war ich jetzt in einer völlig neuen Rolle. Ich war jetzt auf einmal nicht mehr derjenige, der quasi alles aufsaugt und völlig begeistert ist von dem, was er erlebt, schon noch, immer noch, doch meine Rolle war eine andere, meine Funktion auf dem Utopi-Wall und zwar war ich jetzt einer der Mitveranstalter und habe eben dafür gesorgt, dass dieses Event überhaupt irgendwie stattfinden kann und wir gemeinsam einfach ermöglichen, mit unserer Energie diejenigen, die das erste Utopi-Wall gegründet hatten, sind quasi zurückgetreten, haben es nun anderen Leuten möglich gemacht, ihre Vision zu manifestieren, zu realisieren und haben daraufhin quasi ein Team ins Leben gerufen, das sich da um die Organisation eben kümmert. Teil dieses Teams durfte ich dann eben sein, war mir die geilste Herzensaufgabe überhaupt, eben weil, wie im ersten Video erwähnt, das erste Utopi-Wall bei mir einfach sämtliche Schranken gelöst hat, mich dermaßen um Horizonte und Perspektiven im Leben erweitert hat, dass es mir überhaupt erst möglich war, meine Funktion als Arbeitnehmer, also meinen Job zu kündigen, meine Wohnungen zu verschenken, meine Möbel zu verschenken, mein Auto abzugeben, mich von allem zu lösen, was ich quasi besaß und was für mich normal war im Leben, um dann eben meine Reise auch antreten zu können, denkbar befreit und an nichts mehr gebunden, weder an Materie, die irgendwo noch auf mich wartet und um die ich mich kümmern muss, Besitzeigentum, das irgendwo noch da ist, so wie Menschen einfach, dass einfach klar war, da ist jetzt gerade keine Beziehung mehr, die wir miteinander pflegen müssen, weil ich bin jetzt erstmal weg. Mach du, was du willst, aber ich bin jetzt nicht mehr da und die Beziehung wird jetzt gerade auch nicht mehr gefüttert, egal zu wem, zu meinen Eltern, meinen besten Freunden, Freundinnen, die ich in der Zeit hatte. Nee, jetzt ist Schluss. Ich habe jetzt diese Richtung und ich gehe jetzt da lang und alles, was vergangen ist, dient mir jetzt gerade so gar nicht und ich komme gerne nochmal irgendwann wieder, dann können wir weiterreden. Aber jetzt ist erstmal einfach Reset, Pause und jetzt gehe ich nur in diese Richtung und schaue mal, was dabei passiert und dann können wir in Zukunft immer nochmal weiterreden. Also nur weil eine Tür jetzt zu ist, heißt das ja auch nicht, dass die für immer zu ist. Aber jetzt gerade ist auf jeden Fall hier kein Durchgang, nur dass das mal klar ist. Genau, das habe ich von mir selber klar kommuniziert und auch zu den anderen einfach und war deswegen einfach in der Lage, ungebunden mich durchs Leben dann auch weiterhin zu bewegen. Ich bin einfach auch echt überzeugt, dass jede Beziehung, die wir jetzt im Leben hegen, zu anderen Menschen oder eben auch zu Materie, also Besitz, Eigentum, den wir als unseren betrachten. Alles, wozu wir in Bezug stehen in unserem Leben, bindet einen Teil unserer Aufmerksamkeit. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Solange ich mich also um ein Haus, um ein Auto, um meine Möbel, Klamotten, Grundstück, was auch immer, in irgendeiner Art und Weise noch kümmern muss, verbraucht es einen Teil meiner Aufmerksamkeit und bindet damit auch einen Teil meiner Energieressourcen. Jetzt darf das jeder für sich entscheiden, ob es ihm dieses Opfer wert ist, Opfer, aber eben einen Teil seiner Energie zur Verfügung zu stellen, für Materie oder für Beziehung zu anderen Menschen. Wenn es einem das wert ist, go! Mir war es das nicht mehr wert, denn mir war klar, ich brauche all meine Energie für mein Ziel, für meine persönliche, individuelle Entwicklung, für mein eigenes Wachstum, für jede Herausforderung, die mir nun auf Reisen passiert, jede meiner zahlreichen Ängste, denen ich mich nun stellen muss. Und das kann ich nicht mit beschränkter Energie bewerkstelligen. Dafür brauche ich 100% meiner Ressourcen. Und das bedeutete für mich einfach, ich muss dafür sorgen, dass ich im ersten Schritt äußerlich ungebunden bin. Dass nichts und niemand mehr meine Verantwortung, meine Verpflichtung, meine Aufmerksamkeit verbraucht. So, und dann kann man weitergehen. Und auf einmal stellt man fest, wie sich verschiedenste neuartige Situationen im Leben, für mich ging das gar nicht, draußen zu sein, im Dunkeln alleine zu sein, ein Leben zu führen ohne geregeltes Einkommen, mich in fremde Länder, fremde Städte zu bewegen und von Leuten eventuell Hilfe in Anspruch zu nehmen oder die irgendwie zu brauchen, die meine Sprache überhaupt gar nicht sprechen. Da habe ich tagtäglich diverse Ängste überwinden und durchqueren müssen, sonst wäre ich gar nicht überlebensfähig gewesen in den Situationen. So, und dafür habe ich meine Energie gebraucht. So, und dann habe ich Jakob kennenlernen dürfen auf dem zweiten Utopiwell, ein 21-jähriger Straßenmusiker, der nach dem Abitur los ist, also seit zweieinhalb Jahren bereits unterwegs war, in diesen zweieinhalb Jahren fünf weitere Sprachen gelernt hat, zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Sprachen fließend sprach. Mit 21 Jahren. Ich war ein paar Jahre älter, ich konnte ein bisschen Englisch und Deutsch natürlich und ich konnte meine Muttersprache Bosnisch so halbwegs noch verstehen. Da hat es aber auch schon aufgehört. Und dann kommt er mit gerade mal 21 und kann sieben Sprachen und sich mit jedem Menschen, dem er irgendwo begegnet, anscheinend sofort unterhalten. Was ist denn mit dem los? Wie geil ist denn das? So, für Jakob war es jetzt völlig normal, seit zwei Jahren sich im Ausland zu bewegen, gerade neu in Städten reinzukommen, die er noch nie betreten hat und der wusste umgehend innerhalb einer Stunde, wie er ohne Geld zu gebrauchen an die besten Schlafplätze rankommt und Nahrungsmittel für die nächsten Tage organisiert. Ich hatte ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit dem Geld frei wandern durch Deutschland mit Jens, aber was Jakob da so völlig selbstverständlich einfach auslebte, war für mich echt next level. Also da war ich noch Meilen von entfernt. Mich so souverän durch fremde Zonen einfach zu bewegen, vor allem mit Menschen, die nicht meine Sprache sprechen, die mich überhaupt gar nicht kennen, mich derartig selbstverständlich einfach zu verständigen, dachte mir Hammer. Das ist der Nächste. Von dem mag ich gern lernen. Wie macht er das? Wie funktioniert das? Ich mag mir meine Scheiben davon abschneiden. Er war für mich so die Fleischwerdung von Lebenskünstlern einfach. Jemand, der in jeglichen Situationen einfach überlebensfähig ist. Und nicht nur das, sogar mehr noch. Sogar noch mit einer Sahnespitze obendrauf das Leben auch noch in vollen Zügen genießen und auskosten kann. In Fülle und Magie badet. Also, geil. Lass mal mit dem zusammen reisen, dachte ich mir. Jetzt habe ich Glück gehabt, dass Jakob und ich uns irgendwie gut verstanden haben. Er auch dachte so, lass mal zusammen was machen. Klingt sinnvoll. Jetzt haben wir das so organisiert. Ich bin schon vor und bin dann nach Südfrankreich gereist und hatte eigentlich den Plan von dort aus, von Marseille, zu Fuß zu wandern bis Südspanien. Und mein Ziel war, damals schon auserkoren, die Kanarischen Inseln. Denn wir haben zu dem Zeitpunkt, ungelogen, es fing an mit zwei Personen, die mir von La Gomera erzählten, also den Kanarischen Inseln. Und damals schon der Wortlaut, ich glaube, das ist was für dich, da musst du hin. Dann sagt einem das einer, dann sagt einem das zwei Leute, dann irgendwann sagt einem das sogar ein Freund. Hörst dir das so an, speicherst das so irgendwo in deinem Hinterkopf, denkst dir aber eigentlich noch, ja geil, danke, ich habe aber auch noch tausend andere Dinge vor. Aber schauen wir mal, wenn du mir das sagst, vielleicht komme ich ja irgendwann mal da auf den Kanaren hin und dann merke ich mir, dass du mir das gesagt hast. Habe ich aber noch nicht allzu ernst genommen. In den Monaten danach hat sich das derartig gestaltet und entwickelt, dass mir immer mehr Menschen von den Kanarischen Inseln berichteten. Irgendwann war es so weit, dass mir innerhalb einer Woche, ehrlich, innerhalb einer Woche über 20 Menschen, die meisten von denen kannte ich gar nicht, völlige random Begegnungen, mir erzählten von La Gomera, von den Kanaren und jedes Mal, ich glaube, das ist was für dich, da musst du hin. Und jetzt ist es das eine, wenn du sowas zwei, drei Mal hörst. Ist nochmal was anderes, wenn du sowas zwei, drei Mal innerhalb einer Woche hörst, womöglich noch aus dem Munde von jemandem, der dir nahe steht. Jetzt stell dir vor, du hörst das über 20 Mal in einer Woche, da machst du dir irgendwann echt selber Gedanken. So war es bei mir jedenfalls. Und es wuchs so dieser Wunsch in mir und ich kann euch jetzt rückblickend gar nicht mehr sagen, warum. Also, ob ich da jetzt selber wirklich hin wollte oder weil mir so viele Leute davon erzählten. Ich glaube, letztendlich ist beides dasselbe irgendwie. Die Leute haben mir geholfen, diesen Wunsch einfach in mir zu entfachen, aber der war dann irgendwann echt spürbar. Ich muss da hin. Ich muss auf die Kanaren und vor allem nach Gomera. Also irgendwas wartet da auf mich. Keine Ahnung was so und ist jetzt auch nicht so, als hätte ich irgendwie die größten Pläne gerade im Leben. Ich meine, ich bin auf Reisen, ich bin jetzt frei. Warum nicht? Lass doch mal da hingehen. Und wenn die alle davon erzählen, dann zurück kann ich immer noch, aber lass mal da hin erstmal so. So, habe ich Jakob auch gesagt und er sagte auch so, super, weil er wollte nach Südamerika und hatte gehört, von den Kanaren aus kann man da gut mit dem Schiff einfach weiter trampen. Da dachte ich mir, geil, super, gehen wir beide erstmal zu den Kanaren und dann gucken wir mal weiter. Super, machen wir, Hand drauf. Jetzt bin ich da in Marseille und starte meine Wanderung. Habe ich zu der Zeit richtig fleißig Blog geschrieben, also findet ihr noch auf meiner Facebook-Seite auch. Habe ich regelmäßig Videos, regelmäßig Reiseberichte geschrieben. war für mich echt die, also jetzt rückblickend muss ich es echt auch noch sagen, die wahrscheinlich einfach geilste Zeit in meinem Leben, weil ich nie befreiter gelebt habe als zu dieser Zeit. Ich hatte immer noch Ersparnisse von ungefähr 3.000, 4.000 Euro zu dem Zeitpunkt, also ich musste mir über nichts Sorgen machen. Ich wusste auf jeden Fall, also mindestens ein Jahr kann ich noch auf Reisen sein. Gar kein Stress so. Nur meinen Rucksack gehabt, das leichteste Gepäck überhaupt. Ich meine, wie erwähnt, mittlerweile habe ich den Hund noch, zu dem gehören auch ein paar Sachen. Ich habe mein Instrument noch. Ich bin nicht mehr ganz so leicht unterwegs und es ist mir nicht mehr möglich, einfach von heute auf morgen ständig mein Ohr zu wechseln. Das war mir damals aber möglich und es war, ich kann mir kein freieres Leben vorstellen, als wie ich es damals zu dieser Zeit hatte, als ich zu Fuß durch Südfrankreich dann Richtung Kanaren unterwegs war. Ich konnte jeden Tag tatsächlich einfach alles machen und alles, alles war möglich, jeden Tag. Schaut mal gern rein in meinen Facebook-Blog so, was da alles passiert ist. Ich will da jetzt gar nicht allzu sehr drauf eingehen, weil da können wir jetzt ganze Bücher schreiben, alleine über die Wochen da. Und bin dann eben von Südfrankreich zu Fuß los, habe dann irgendwann die spanische Grenze erreicht, hatte halt im Hinterkopf, Jakob schließt sich irgendwann an so, der kommt schon irgendwann. Und dann bin ich so auf der Höhe von Perpegnior, also kurz vor der Grenze zu Spanien und dann meldet sich Jakob. Sagt, er kommt gleich. Super. Dann kam er tatsächlich innerhalb von zwei Tagen angereist. Dann hat er mir Freunde in Barcelona vorgestellt. Dann haben wir einen Monat in Barcelona leben dürfen, einer der schönsten Metropolen der Welt. Sind dann weiter bis zur Fähre Südspanien. dann hat mich jemand über den Facebook-Blog eben angeschrieben und sagte, hey, wir haben zwei Plätze für euch auf dem Segelboot. Wenn ihr wollt, kann ich euch einfach mitnehmen. Okay. Danke, Universum. Wie geil ist denn das? Klar, ich meine, wir waren noch nie auf dem Segelboot, wir sind noch nie über den Atlantik gereist. Ähm, ja, ja, lass mal machen. Direkt zugesagt. Und dann sind wir mit dem Bernhard und seinem Segelboot dann irgendwann losgefahren. Und das war jetzt eben Ende 2016. Und dann kamen wir an, ne, auf den Kanaren. Erst Gran Canaria, da das erste Mal in den Höhlen übernachtet dann, jemanden kennengelernt, einen weiteren Straßenmusiker, der uns quasi eingeladen hat, das mal auszuprobieren, so in den Höhlen, wie das ist. Neujahr da gefeiert mit ihm. Feuerwerk, Gran Canaria. Oben aus dem Berg, vom Berg aus betrachtet mit epischer Aussicht. Am nächsten Tag dann weiter bis Gomera. Dann kamen wir da an, zu dritt. Bernhard, die ihm das Segelboot gehört. Jakob mit seiner Posaune bewaffnet. Und ich nur mit meinem Rucksack. Ohne Plan, was jetzt als nächstes passieren wird. Und dann ging es los, ne? Der erste Tag auf Gomera war für mich, glaube ich, und so der Wink, wohin sich dieses Jahr jetzt entwickeln wird. Ich habe euch ja schon erwähnt, ich war so ein Jahr vorher auf diesem europäischen Rainbow Gathering, diesem Zusammenkommen von vielen Tausenden von Reisenden, die sich dann einmal im Jahr eben gemeinsam mit freier Natur treffen und dort gemeinsam miteinander, miteinander, ein Monat Leben, die meisten nackig, nur vegane Ernährung. Es wird alles gemeinsam miteinander organisiert, alles dahingeschafft, gekocht, serviert, die Tage miteinander zelebriert, Workshops, die stattfinden. Die Menschen da haben mich wahnsinnig inspiriert und motiviert, eben nicht mehr zurückzugehen als Arbeitnehmer, sondern meinen Weg zu finden, wie ich mich auf alternative Art und Weise, und das bedeutet für mich, außerhalb dieser Gesellschaft, ein Leben für mich einfach gestalten kann. und da es diese Tausenden von Menschen da gab, war mir klar, es geht und ich muss nur meinen Weg irgendwie finden. Und damit mir dieser Weg klarer wird, brauche ich mich nur an diese Leute zu richten und mich zu inspirieren, wie die Leute, die es ja bereits erfolgreich vorleben, es machen. Und jetzt stieg in mir dieser Wunsch, ein Musikinstrument zu lernen, allen voran, weil ich mit Jakob gemeinsam reiste und merkte, dass er sich mit seiner Posaune bewaffnet, einfach ein unglaublich freies Leben gestalten kann, egal wo er ist. Wir brauchten Geld für die Fähre, der stellt sich da hin, spielt Posaune, spielt Musik und hat zwei Tage später das Geld für die Fähre und kann einfach irgendwo hinreisen. Ich meine, ich hatte das Erspartes noch, aber ich meine, das Geld ist ja, die Geldressourcen sind irgendwann aufgebraucht, was mache ich danach? Und dann schien ich quasi schon so meine Augen zu öffnen für die Zeit nach diesen Geldressourcen eben und mir schien es das Sinnigste, ein Musikinstrument zu lernen und zumal ich da ja auch Lust drauf hatte, gar keine Ahnung hatte, wie das irgendwie geht, ich habe nie Musik gemacht, aber eine Kunstform mir anzueignen und die derartig meisterlich auch zu beherrschen, dass es mir möglich ist, alleine durch diese Kunstform, indem ich sie ausübe, mir an jedem Ort der Welt quasi Schlafplatz, Nahrungsmittel, Mobilität einfach verschaffen zu können, auch neue Menschen kennenlernen zu können, dadurch in den Kontakt gehen zu können, was ja wiederum einfach nur alle Möglichkeiten vervielfacht im Leben. das war so mein Ziel einfach für die nahe Zukunft, mir das anzueignen. Jakob hat mich damit da noch mal mehr befeuert einfach. Meine Ankunft auf Gomera und vor allem dieses erste halbe Jahr auf der Insel sollte aber erstmal durch was ganz anderes geprägt werden, nämlich durch die Liebe. Schönste Sache auf Erden. Jetzt waren wir am ersten Abend, sitzen wir da am Hafen. Jakob, Bernhard und ich leben noch alle auf dem Segelboot. Wir sind gerade erst angekommen. Jakob und ich aber schon die Augen quasi geöffnet für wie können wir hier in der Natur irgendwie unterkommen. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Ich kannte jetzt aus Gran Canaria bereits die Höhlen. Lass mal gucken, ob es hier auch irgendwie Höhlen gibt. Vielleicht sogar Strände mit Höhlen. Haben wir gehört, da leben auch andere Leute irgendwie an Stränden. Gibt es so quasi so eine Aussteigerszene, sagt man so irgendwie. Leute, die zumindest irgendwie gewohnt sind, da miteinander in der Natur einfach zu leben. Lass die mal finden, dachten wir uns so. Lass das auch mal machen. Gucken wir mal, wie das ist. Gucken wir mal, Jetzt sitzen wir da am ersten Abend am Hafen. Echt, ähm, ich habe wenig Momente in meinem Leben so bildlich noch vor Augen wie diesen. Sitzen da und quatschen da. Lernen die ersten Leute kennen. Ich ahne gar nichts. Guckst du hoch und auf einmal kommt diese Frau von rechts nach links in Begleitung einer Freundin mit ihrem Neugeborenen an der Brust und schwebt von rechts nach links an mir vorbei. Ich gucke sie nur an und gucke ihr hinterher und denke mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. genau diese Frau habe ich vier Monate zuvor viertausend Kilometer weiter nördlich auf der Weltkugel im Regenwald zwischen Slowenien und Italien auf dem letzten Rainbow, das ich besucht habe, gesehen. eine Woche lang habe ich sie jeden Tag gesehen und ich weiß noch genau, dass sie mir nie mehr als zweimal an einem Tag begegnet ist, aber mindestens einmal jeden Tag eine Woche lang und ich werde diese Frau ein Leben lang nicht mehr vergessen, denn von dem Moment an, an dem ich sie zum ersten Mal sah, war sie für mich die eine die Höchste, die Oberste. Wenn es ein Wesen gibt auf Erden, das über allen anderen steht, dann sie. Wenn es eine Frau gibt, die die Königin aller Königinnen ist, die Göttin, die Einzige, dann sie. Wenn jemand die Mutter von Zeus ist, dann sie. die eine, die oberste. Und das war sie für mich vom ersten Moment, an dem ich sie sah und auf einmal geht diese Frau, ich meine, seitdem ist so viel passiert, ich bin 4000 Kilometer weiter südlich an einem Ort, den ich noch nie besucht habe, zum allerersten Mal, den allerersten Abend. Und auf einmal geht sie an mir vorbei und ich kam gar nicht mehr klar. Und direkt mein zweiter Gedanke, wie geil! Ich meine, wir sind auf einer Insel. So schnell kommt hier keiner von uns beiden wieder runter. Ich meine, es ist wahrscheinlich, oder, dass wir uns irgendwann die nächsten Tage nochmal wiedersehen. Wie geil ist denn das? Danke. 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 Danke, Universum. Einfach nur, dass ich das erleben darf, was auch immer daraus passiert. Einfach nur, dass ich so eine magische Fügung erleben darf. Danke. In den nächsten drei Wochen, die nun an diesem Ort, wo wir mit dem Segelschiff angelegt haben, verbracht haben, ich habe den Ort nicht mehr verlassen die nächsten drei Wochen. Warum auch, ne? Erstmal klarkommen, erstmal ankommen, erstmal den Ort und die Insel kennenlernen, Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, Netzwerk schaffen, mal austesten, was so möglich ist, sich selber reinfinden, irgendwie, ne? Das war so, das stand so an erstmal. Erstmal Fuß fassen. Ich meine, ich hatte auch nicht vor, jetzt demnächst wieder runter zu gehen. Zumal sich mit diesen drei Wochen, die ersten drei Wochen, die ich da war, zunehmend auch herauskristallisierte. Ja, that's it. Das ist das Paradies. Also, ich will gar nicht irgendwo anders hin. Lass mal hier bleiben. Lass mal hier klarkommen, erstmal so. So. Die nächsten drei Wochen, die ich nun auf diesem Ort, auf dieser Insel, in diesem Ort verbrachte, sah ich diese Frau ohne Scheiß. Jeden Tag. Mindestens einmal, höchstens zweimal. Das selbe Muster, wie bereits vor vier Monaten, 4000 Kilometer entfernt, im Dschungel in Slowenien. Das selbe Muster wiederholt sich nun. Für drei Wochen. Drei Wochen lang begegnen wir einander nur im Vorbeigehen. Ich passiere einen Ort, ich gehe von A nach B und auf einmal kommt sie mir entgegen. Ich sehe sie, die ersten zwei Wochen bin es nur ich, der sie angafft. Weil ich jedes Mal nicht darauf klarkomme, dass ich ihr wirklich wieder begegnen darf. Irgendwann kreuzen sich unsere Blicke und es sind zwei Menschen, die einander begegnen. Nicht nur ich, ihr, sondern wir beide einander. Und wir beide sehen einander. Aber wir sind nie zur selben Zeit am selben Ort, sondern begegnen immer nur im Vorbeigehen und das war's. Und das passiert auch nie mehr als zweimal am Tag. Und der Ort ist ein kleiner. Aber der Vorteil ist, ich sehe sie jeden Tag. Irgendwann steigt so die Gewissheit, ich meine, drei Wochen ist viel Zeit für jemanden, der verliebt ist. Irgendwann steigt so die Gewissheit, dass ich sie morgen auch wiedersehen werde. Weil ich meine, ich habe sie jetzt die letzten zwölf, 13, 14, 15, 16 Tage schon gesehen. Wahrscheinlich werde ich sie morgen auch wieder sehen. Mit der Zeit entsteht so ein Gefühl in mir und vor meiner Reise wäre ich noch nicht in der Lage gewesen, damit umzugehen. Seit meiner Reise bin ich mir darüber im Klaren, dass unser Körper und unsere Intuition sehr oft derartig mit uns spricht, dass die Botschaften eigentlich unverfehlbar sind. Und da ist nichts reinzudeuten, die Message ist klar. Und wir bekommen allseits Warnungen und Signale, die wir empfangen, die uns rüsten für den aktuellen Moment und das, was als nächstes kommt. Doch zu oft im Alltag im Berufsalltag, im normalen Geschehen gehen diese Stimmen und diese Regungen, diese Empfindungen des Körpers unter. Ich war nun in einer Situation, in der ich diesen Alltag quasi nicht mehr hatte, plus geübt war, immer mehr zunehmend, mich diesen Empfindungen auch hinzugeben und sie zu schulen, sie zu trainieren. Und ich war jetzt an einem Punkt zu dieser Zeit, als ich auf Gomera ankam, an dem ich meine eigenen Empfindungen sehr ernst nahm. Denn ich wusste und weiß bis heute, dass die nicht ohne Grund passieren. Jetzt war es so, dass ich mit der Zeit ein starkes körperliches Empfinden dafür entwickelte, wann ich dieser Frau wieder begegnen werde. Aufgrund des Musters, dass ich ihr ja schon die nächsten, letzten Wochen immer wieder begegnet bin und feststellen konnte, wie ich mich fühle, wenn wir uns sehen, bevor wir uns sehen, nachdem wir uns sehen, nicht hier oben, sondern wie mein Körper empfindet. Und jetzt war ich an einem Punkt nach drei Wochen, an dem mir mein Körper bereits im Vorfeld, Minuten vorher, sehr klar signalisierte, ich kann es euch gar nicht genau beschreiben, für mich war es klar, es waren Empfindungen, die mir durch Leib und Seele gingen. Mein ganzer Körper hat gezuckt und empfunden, dass ich dieser Frau im nächsten Moment wieder begegnen werde. Ich wurde schlagartig, von jetzt auf gleich, ohne Grund, den man gedanklich analysieren oder erkennen könnte oder jemand anderen erläutern könnte, sondern schlagartig wurde ich auf einmal unruhig. Und mit der Zeit erkannte ich, dass diese Unruhe was damit zu tun hat, dass ich ihr wieder begegnen werde. Und sobald ich sie sah, selbst wenn sie noch 100 Meter entfernt war, verschwand diese Unruhe schlagartig, genauso wie sie gekommen war. Eines Abends waren jetzt nun besonders viele Sternschnuppen am Himmel und ich bin da so ein bisschen abergläubig, zumal ich festgestellt habe, dass Gomera eine extreme Energie der Manifestation besitzt, also sich sowohl unsere geäußerten wie auch unbewussten Wünsche umgehend erfüllen auf dieser Insel die Zeitspanne zwischen Ursache und Wirkung ist hier einfach extrem kurz. Und das kann man für sich nutzen, wenn man sich Dinge wünscht. Das kann allerdings auch, nichts ist nur eine Sache im Leben und ehrlich, ich bin davon überzeugt, weil ich es jeden Tag mitbekomme, sobald jemand unbewusste Verhaltensweisen oder Wünsche in sich trägt, manifestieren sich auch die. Und ich, man sagt hier generell auf der Insel, pass auf, was du dir wünschst, denn es wird sich realisieren und viele Menschen sind nicht für das bereit, dass das passiert, was sie aussprechen oder denken, zumal viele Worte und Gedanken auch nicht rein sind, und man dann, wenn sie sich realisieren, auf einmal mit Konsequenzen umgehen muss, die man sich besser nicht gewünscht hätte. Ich fand das einfach nur geil und bin sowieso im Reihen mit mir und fing an, damit zu spielen. Und ich dachte mir einfach, wenn eine Sternschnuppe fällt, ist das nun anlassig, was zu wünschen, so. Kann ich einfach nutzen, so. Ich meine, ich kann mir eh die ganze Zeit was wünschen, aber warum nicht, auch wenn eine Sternschnuppe fällt. Und es fiel die erste Sternschnuppe an diesem Abend und ich dachte mir schon direkt so, jetzt nach drei Wochen wird es vielleicht nicht mal irgendwie Zeit, so der Kopf mischt sich dann ein, wird es nicht vielleicht mal Zeit, dass ich irgendwie in eine Begegnung gehe mit dieser Frau, dass da mal was passiert, so. Dass wir uns mal kennenlernen. direkt die zweite Stimme, nee, 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 Junge, nichts riskieren, so. Lass das mal lieber alles so, wie es ist. Wer weiß, was da sonst irgendwie dann passiert. Also nein, einfach, ich will nichts riskieren, soll alles so bleiben. Ich bin total dankbar, dass ich ihr jeden Tag begegnen darf und sie sehen darf überhaupt. Echt und ganz ehrlich, wie sie ausschaut einfach nur. aber das ist eine Erscheinung ohne Worte. Also echt, sie einfach nur sehen zu dürfen, ist mir das größte Geschenk im Leben. Das will ich für nichts riskieren. Hab mir dann erstmal was anderes noch gewünscht. Und zwar hatte ich damals, ich kann es ja jetzt äußern, weil es hat sich danach tatsächlich echt, ich bin auch der Überzeugung, sobald sich ein Wunsch manifestiert hat, darf man gern drüber reden, so irgendwie, so mache ich zumindest. Vorher sollte man das gut abwägen, ob man drüber redet oder nicht, weil es teilweise Energie rausnehmen kann aus dem Wunsch. In manchen Angelegenheiten kann es helfen, drüber zu sprechen, weil man so anderen Leuten möglich macht, einfach ihren Beitrag dazu zu leisten, dass es sich manifestieren kann. Bei bestimmten Dingen, die sollte man für sich behalten einfach und tut sich selbst, glaube ich, keinen Gefallen damit, wenn man darüber spricht. Sobald sich etwas manifestiert hat, ich meine, ist es eh kein Ding, kann man drüber sprechen, kann man davon schreiben, ist die Sache eh durch quasi. Ich hatte diesen Wunsch, den habe ich immer wieder von mir selber wiederholt. Ich mag Liebe derartig spüren, dass es mir im ganzen Körper kribbelt und es einem leichtes ist, diese Liebe kundzutun, anderen zu vermitteln und auch andere spüren zu lassen. Und das war mein erster Wunsch, das habe ich mir immer bei jeder Gelegenheit gewünscht. Das ist einfach das Geilste im Leben so. Und ich meine, ich hatte ja sonst eh alles. Ich hatte Geld, ich hatte Freunde, ich hatte keinen Zeitdruck, ich hatte alles so. Gib mir einfach nur unendlich Liebe. So, fertig aus. Sternschnuppe kommt, ich wünsche mir das. Direkt danach kommt eine zweite Sternschnuppe. Okay, jetzt kannst du dir nochmal was wünschen. Denselben Wunsch zu äußern ist ja Unsinn, so hast du ja schon geäußert. Okay, Hand aufs Herz. Boah, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne? Weil, ähm, die Situation, von der ich jetzt rede, ist die Situation, für der ich den größten Mut in meinem Leben je gebraucht habe. Es ist die Situation, die ich am abstraktesten von allen Situationen in meinem Leben je empfand. Also nichts war für mich unvorstellbar, dass das passiert, wie diese, wie das. Und ich habe mir gewünscht, dass das nächste Mal, wenn wir uns begegnen, ich den Mut aufbringe und das Vertrauen in mich selber finde, das Gespräch mit dieser Frau zu initiieren, in den ersten Kontakt reinzugehen, was auch immer daraus passieren mag. Aber ich mag sie ansprechen und eine Bindung zueinander aufbauen und dann schauen wir einfach mal, was daraus passiert. Aber das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schüchtern ich schönen Frauen gegenüber bin. Mein Leben lang war, mittlerweile hat sich das geändert so, aber zu dem Zeitpunkt, war das für mich einfach, es ging gar nicht. Ähm, zumal sie, die für mich die eine ist, sie jetzt aus mir heraus anzusprechen, nein. Also, äh, vorher mache ich, ganz ehrlich, vorher schneide ich mir die Hand ab. Äh, das kann ich nicht. ich würde sterben bei dem Versuch dabei. Ich kann das nicht. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Zumal, was soll ich überhaupt irgendwie sagen so? Ich habe gar keine Ahnung. Äh, nein, nein, nein. Deswegen, den zweiten Wunsch dafür genutzt, mir das Selbstvertrauen und den Mut zu wünschen. Das nächste Mal, wenn wir uns begegnen, bin ich derjenige, der den Kontakt zu ihr herstellt. Es war auch ein Ding der Unmöglichkeit, weil ja noch nie so eine Situation überhaupt denkbar gewesen wäre. Wir waren noch nie zur selben Zeit an einem Ort. Wir sind immer nur aneinander vorbeigegangen und das ist jetzt schon ein bisschen übergriffig, finde ich, äh, jemanden, der gerade auf dem Weg irgendwo hin ist oder was macht, ähm, zumal sie mit ihrem Neugeborenen immer an der Brust auch stets irgendwie beschäftigt wirkte, so. äh, da jetzt so grenzüberschreitend zu sein, dass ich jetzt derjenige bin, der sagt, hey, bleib mal stehen, äh, lass uns jetzt mal reden irgendwie, ich muss dir was sagen. Ne, das schien mir einfach echt richtig, äh, unrealistisch so. Das gehört sich auch irgendwie nicht. Ne, also, und trotzdem aber den Wunsch so geäußert. Am nächsten Tag nun bin ich mit meinen beiden besten Kumpels gerade unterwegs und da findet so ein Festival am Hafen statt. Wir sind gerade am anderen Ende des Ortes und überlegen, ob wir uns jetzt zum Hafen hin bewegen sollen oder nicht. Diskutieren, hin und her, finden keine klare Linie. Auf einmal kommt während der Unterhaltung mit meinen Freunden diese Unruhe in mir auf. ich weiß sofort, es hat was mit der Frau zu tun. Okay. Ähm, mittlerweile konnte ich lernen, damit irgendwie umzugehen, so. Ich bin jetzt nicht mehr überfordert, nur weil diese Unruhe in mir aufkommt, sondern ich versuche damit was umzugehen, äh, damit was zu machen irgendwie. Das Hand zu haben, irgendwie daraus einen Nutzen zu ziehen. Nehme, okay, wir werden uns jetzt gleich begegnen, das weiß ich, weil ich spüre dieses Gefühl. Allerdings bin ich jetzt zum ersten Mal in einer Situation, wo ich mich nicht in eine Richtung bewege, sondern hin und her gerissen bin, ob ich hier bleibe, wo ich bin, oder mich ans andere Ende des Ortes bewegen soll. Also, was wird von mir jetzt erwartet? Soll ich hier bleiben, damit wir uns begegnen, oder muss ich jetzt den Weg zum Hafen gehen, damit wir uns begegnen? Alter! Jetzt diese Wahl treffen zu müssen, vor allem, ich habe den Wunsch vom Vorabend nicht vergessen, ich weiß, dass die nächste Begegnung die entscheidende sein wird. Und jetzt werde ich vom Universum vor die Wahl gestellt, bleibe ich hier oder gehe ich woanders hin? Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist und ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite Gelegenheit bekomme. Ich meine, wir sind uns drei Wochen begegnet, aber Hand aufs Herz, ich weiß es nicht. Vielleicht verlässt sie auch die Insel morgen. Vielleicht passiert mir irgendwas. Ich weiß nicht, wie viele Chancen ich noch habe. Für mich war das die maximale Drucksituation im Leben nun. Okay, versuche mit meinen Freunden da irgendwie eine Einigung zu finden. Irgendwann sind wir so weit. Okay, wir bewegen uns Richtung Hafen. Lass mal losgehen. Ich denke, gut, wenn das jetzt der gemeinsame Konsens ist, dann gehe ich da auch mit. Okay, Alter, völlig nervös, völlig aufgebracht, hoch angespannt einfach nur. Wir gehen, gehen so die ersten zwei Kilometer, haben den halben Weg zum Hafen hinter uns und betreten nun den nächsten Strand und meine Freundin, mit der ich unterwegs bin, findet auf einmal eine andere Freundin und muss sich mit der jetzt auf einmal unterhalten. Der Kumpel, mit dem ich unterwegs bin, hat gestern einen Stein gefunden, einen ganz seltenen und da ist jetzt einer, der kennt sich mit Steinen aus an diesem Strand, den wir gerade betreten und der muss jetzt mal kurz zu ihm hin und sich mit dem unterhalten über den Stein. Ey, ich denke mir, Leute, ist das euer Ernst? Wegen solchen Lappalien jetzt, weil du deine Freundin gerade siehst und weil du dich mit einem Stein unterhalten musst, muss ich jetzt mit dieser Drucksituation in meinem Leben umgehen? Ist das euer Ernst? Können wir nicht einfach mal weitergehen jetzt? Boah! Ey, und übrigens, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt weiter zum Hafen, weil sie da auf mich wartet oder bleibe ich jetzt hier oder gehe ich wieder zurück? Was soll ich tun? Die Situation zieht sich und zieht sich die Minuten vergehen, es ändert sich nichts, die beiden sind völlig vertieft in ihren Unterhaltungen und ich stehe da völlig aufgelöst und entscheide dann irgendwann nach ein paar Minuten, ey, come on, so kann es nicht weitergehen. Also, wenn das jetzt noch fünf Minuten so weitergeht, bin ich ein psychisches Wrack, dann weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was Sache ist. Ich gebe auf, offiziell, vor mir selber, ich gestehe es mir ein, ich gebe auf, keine Chance mehr, irgendwas zu entscheiden. Ich kann nichts entscheiden. Ich habe keine klare Empfindung in irgendeine Richtung. Gar nichts. Ich gebe einfach auf. Ich bleibe jetzt hier, habe mich dann auf die nächste Bank hingesetzt, ganz alleine, weg von den anderen. Ich konnte auch mit niemandem jetzt reden. Ich war echt völlig zerstört in dem Moment. Mein Rucksack aufgemacht, hole eine Banane raus und fange an zu essen. Ich muss was für meinen Blutzucker tun. Echt, Leute, ich kann euch nicht beschreiben, wie fertig war und fange an, diese Banane zu essen und will dann aufstehen, um die Schale in den nächsten Mülleimer zu werfen. Ich habe es noch so klar vor Augen alles und stehe gerade auf von der Bank, um eben die Schale in den Mülleimer zu bringen und und just in der Sekunde, in der ich mich aufstelle, steht sie auch auf. Und zwar saß die eine, diese Frau, um die es geht, die ganze Zeit drei Meter vor mir auf dem Sandboden am Strand, umringt von meinen beiden Kumpels und Freunden, umringt von anderen Menschen. Sie war die ganze Zeit schon vor mir und ich habe sie nicht gesehen, weil dazwischen eine Mauer ist und ich hätte zu meinen Freunden gehen müssen, um sie zu sehen, habe ich ja nicht gemacht, weil ich war die ganze Zeit so in meinem Kopf Kino beschäftigt und in dem Moment, in dem ich mich aufgestellt habe und quasi die Möglichkeit und sie sich dann auch aufgestellt hat, konnten wir und haben gesehen, dass wir beide am selben Ort sind, zum ersten Mal überhaupt und ich stehe da völlig verwurzelt mit meiner Bananenschale in der Hand und bin wie festgefroren ich kann mich überhaupt gar nicht bewegen ich kann überhaupt gar nichts machen ich weiß überhaupt gar nicht was das Leben jetzt von mir soll will ich bin einfach nur überfordert und gleichzeitig erfüllt ich meine was geileres konnte nicht passieren das Leben hat mir jeglicher Entscheidungsdruck von mir genommen so während ich da stehe mit dieser Bananenschale sie hat deutlich souveräner gehandelt als ich nimmt sie ihr kleinkind vom boden hoch wieder auf ihre brust so wie ich sie immer sehe nimmt ihren rucksack geht die drei schritte zur stufe geht die stufen hoch stellt sich genau vor mich und stellt ihr kleines kind auf den boden genau zwischen uns und schaut mich an habe da habe da habe da gar keine Ahnung was jetzt passieren soll was mache ich jetzt ich kann nicht einfach weg gehen was ist das so eine dämliche situation da stehst du vor deiner traumfrau hast offensichtlich die gelegenheit jetzt mal was zu tun und verschwindest dann einfach das geht auch nicht ich kann aber auch nichts sagen und ich kann auch nichts machen ich bin wie festgefroren und die Sekunden vergehen und wir gucken einfach nur einander an ohne dass Worte vergehen und irgendwann ist dieser Punkt wo es noch nicht unangenehm ist aber absehbar ist wenn wir uns jetzt weiter nur angucken dann wird es unweigerlich unangenehm werden denn jetzt ist der Moment wo einer von beiden einfach was tun muss und ich erinnere mich an meinen Wunsch von vorabend und reiße mich dermaßen zusammen wie ich mich nie wieder vorher oder nachher in meinem Leben zusammenreißen musste weil weil niemals eine Situation in meinem Leben solch einen Kraftaufwand erfordert hat wie diese und fange hier einfach an alles zu erzählen alles wie ich sie vor vier Monaten auf dem Rainbow zum ersten Mal sah was das mit mir gemacht hat was all die Begegnungen zwischen uns in den letzten drei Wochen mit mir ausgelöst haben wie es mir dabei geht wenn ich sie nur anschaue dass sie der mit Abstand schönste Mensch ist der mir je in meinem Leben begegnet ist dass sie wie unbeholfen ich mich jetzt gerade fühle in dieser Situation dass ich überhaupt gar nichts mit mir anzufangen weiß ich habe mir von der Sternschnuppe erzählt gestern von meinem Wunsch einfach alles ich wusste nicht was ich sagen soll und das waren einfach die authentischsten Dinge die irgendwie aus mir kamen das floss einfach irgendwie so und ich hab da echt zehn Minuten erzählt und sie hat nur zugehört ich hab noch nie einen Menschen gesehen der so verständnisvoll schauen kann wie sie pures Mitgefühl in ihren Augen sie war einfach nur da hat mir all die Zeit einfach zugehört sich noch nicht mal gekratzt an den Haaren gespielt gar nichts einfach nur angeschaut und mir zugehört ab und zu mit dem Kopf genickt und mir echt einfach das Gefühl vermittelt mit ihrem ganzen Körper und sein dass die Situation so wie sie jetzt gerade passiert genau richtig ist und deswegen sprach ich immer weiter irgendwann habe ich zu Ende erzählt und dann sagt sie mir mit einer Engelstimme dann höre ich sie zum ersten Mal sprechen mit einer Stimme wo mir heute noch also einfach ich habe einen Hang zur Poesie aber ganz ehrlich ich will gar keine Worte versuchen dafür zu befinden das geht nicht was ihre Präsenz was wie sie ausschaut wie sie spricht wie sie klingt was das mit mir macht und heute noch nach wie vor unverändert ist für mich einfach habe ich keinen Vergleich für und ich höre ihre Stimme und sie sagt mir dass sie jetzt gerade auf dem Weg irgendwo hin ist sie würde sich wahnsinnig freuen wenn wir uns wiedersehen und Zeit füreinander finden sie ist mir unheimlich dankbar für alle Worte und das Gespräch gerade und wir sehen uns wieder und sie nimmt ihr Kind und geht los ich ab dem Zeit einfach nur der glücklichste Mensch der Welt ich habe ein Grinsen gehabt das habe ich nicht mehr raus gekriegt für die ganzen restlichen Tag und die Tage danach ich schwörs euch es gab nicht eine Sekunde in der ich nicht gegrinst und nicht gelacht habe es ist noch nie etwas in meinem Leben passiert das mich derartig mit Energie mit erfüllt sein mit Glück und Freude beschert hat wie diese 10 Minuten mit ihr einfach alles was danach passieren konnte war einfach nur das geilste überhaupt halbe Stunde später sehen wir uns nochmal nur vorbeigehen sie sagt mir dass wir uns morgen wieder sehen werden cool und diesmal schauen wir uns nicht nur so an sondern sobald wir aneinander vorbei sind haben wir beide uns immer noch angeschaut und zwar so lange bis wir um die Kurve waren und uns nicht mehr sehen konnten für 200 300 Meter haben wir beide gerade aus unseren Weg fortgesetzt ohne hinzuschauen wohin wir gehen ohne Scheiß und nur zurückgeschaut zum anderen und keinem von uns ist irgendwas passiert wir sind nirgendwo gegengelaufen wir sind nicht gestolpert nichts am nächsten morgen gehe ich in den Ort und da gibt es so ein Altenheim am Strand die haben immer donnerstags morgens öffentliches singen da sind die Türen offen und man kann einfach mit reinschauen wie die älteren leute da gemeinsam singen man kann mit reingehen man kann mitsingen man kann einfach nur von außen teilhaben ich fand das eigentlich immer sehr schön und das war ein Donnerstag morgen und gehe und gehe wer steht als einzige draußen vor der Tür und hört zu sie und jetzt haben wir gestern am Strand die erste Situation gehabt wo wir gemeinsam am selben Ort waren und haben heute jetzt die Gelegenheit direkt einen Tag danach dass wir wieder zur selben Zeit am selben Ort sind unser Muster das schon in Slowenien im Regenwald Bestand hatte und die ganzen drei Wochen auf dieser Insel weiterhin Bestand hatte scheint durchbrochen auf einmal ist es möglich dass wir gemeinsam Zeit verbringen krass was ist da los Universum und wir stehen da echt eine halbe Stunde und hören gemeinsam zu unterhalten uns und mit das Erste was sie mir sagt ist dass sie in der Nacht kaum geschlafen hat und sie hat drei Stunden lang wach gelegen und nur an unsere Unterhaltung gedacht also eigentlich ja an meine Unterhaltung weil ich habe ja die ganze Zeit gesprochen und an all meine Worte und an die Geschichte die ich erzählt habe und dass sie sie hat gar nicht in Schlaf gefunden das hat sie irgendwie alles so berührt und so aufgewühlt zumal sie selber ein extrem schüchterner Mensch ist und es ihr sehr schwer fällt in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen und sie ist jetzt seit vier Wochen schon nicht auf der Insel erzählt sie mir und hat mit fast keinem Kontakt und wahrscheinlich auch weil sie so besonders attraktiv einfach ist trauen sich die wenigsten Menschen überhaupt in Gespräch mit verbringt sie ihre Tage nahezu alleine eigentlich mit ihrer Kleinen und was das für sie bedeutet dass jemand so einen Schritt auf sie zugeht und dass das überhaupt möglich ist und dass wir uns jetzt miteinander treffen können ich denke mir einfach nur alles was ich da höre aus ihrem Mund denke ich mir einfach nur ich bin gesegnet also geiler geht's nicht geiler geht's einfach nicht danke liebes leben danke echt dass du es so gut mit mir meinst sie war noch zwei wochen auf dieser insel und wir haben jeden tag miteinander verbracht wir sind uns jeden tag näher gekommen ich habe ihre kleine kennenlernen dürfen wir haben zu dritt immer mehr Zeit verbracht gemeinsam gekocht gemeinsam gegessen wir sind zusammen sie ist nach wie vor der einzige mensch mit dem ich jemals ausgegangen bin so in einem Restaurant irgendwie wir haben damals Tera Misu zusammen gegessen das werde ich auch nie vergessen am Strand gemeinsam unsere Tage verbracht ich habe mit ihr oder vor ihr auch so das erste mal irgendwie mein Musik Instrument gespielt das ich dann in der weiteren Folge bekommen habe die Story erzähle ich euch beim nächsten Mal also es ist jetzt schon so viel ich werde das Video hier langsam kappen und werde euch dann in einem dritten Video dann mal erzählen wieso das erste halbe Jahr auf Gomera sich dann entwickelt hat aber das war mir jetzt echt ein Anliegen die Geschichte mit euch zu teilen weil es mich einfach echt darin bestätigt dass magische Fügungen möglich sind im Leben dass Dinge die man sich erträumt und nicht für möglich halten passieren kann dass man über sich selber hinaus wachsen kann in dem Maße wie man es selber gar nicht glaubt und dass das Leben einfach echt die mit Abstand schönsten Drehbücher schreibt wenn man es denn erlaubt in den nächsten zwei Wochen habe ich so viel Zeit mit ihr verbringen dürfen dass ich sie mit jedem Tag einfach zunehmend mehr lieb gewonnen habe sie als Mensch zunehmend respektieren konnte Wertschätzung immer mehr für sie und für unsere Beziehung empfunden habe jeden Tag immer dankbarer wurde dass wir uns überhaupt kennen und weiterhin begegnen dürfen ich habe mit niemand anderem lieber Zeit verbracht und ich sage jetzt einfach mal so ich glaube sie war auch sehr froh dass wir uns einfach hatten wir haben so ziemlich jeden jeden abend miteinander verbracht jeden tag es war es ist nichts passiert bereuen tue ich es nicht weil ich euch im nächsten video nämlich erzählen werde was stattdessen noch passiert ist auf der in meinem ersten halben jahr auf der insel ich bereue nichts weil einfach nur die geilsten dinge danach noch passiert sind und wahrscheinlich auch eben also ganz hundertprozentig nur möglich waren weil ich keine romantische beziehung mit ihr daraufhin eingegangen bin das hat die tür offen gehalten dass andere dinge passieren konnten in meinem leben und für die bin ich immens dankbar die will ich nicht missen und die will ich nicht eintauschen und doch stelle ich mir selber immer wieder die Frage was denn passiert wäre wenn ich damals noch mutiger gewesen wäre vor allem in diesen zwei Wochen die wir uns kennengelernt haben dann wir haben uns dann immer mehr auch berührt sind uns auch körperlich mit unserer Präsenz immer näher gekommen es war irgendwann völlig selbstverständlich auch dass wir uns irgendwie berühren meine Freunde haben sich schon kennengelernt irgendwie es war eigentlich schon alles präpariert aber ich merkte auch ich bin derjenige von dem der Zug erwartet wird dass wir jetzt den ersten Kuss oder dass wir das auf eine romantische Ebene einfach heben und ich war dazu noch nicht bereit ich brauche für sowas sehr viel Zeit und vor vor allem auch weil ich wusste dass sie jetzt einfach wieder geht in einer Woche in zwei Wochen war das für mich einfach nee also das sind nicht die Dinge wo ich meine Energie rein investieren im Leben und das mag ich dann lieber langsam aufbauen und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr nochmal und dann haben wir beide nochmal einen zweiten Versuch aber wenn ich jetzt eh schon weiß dass die Wege sich trennen dann will ich mich da gar nicht zu sehr in dieses sich verlieben reinstürzen ich kenne mich selbst einfach und ich bin danach für Monate zu nichts mehr zu gebrauchen das erspare ich mir selber einfach bevor ich sie dann ständig nur vermisse oder sonst was genau und von daher hat dieser Schritt nie statt gefunden und ich habe es aber nie für möglich gehalten vorher dass wir uns mal so nahe kommen und ich mag an der Stelle jetzt erstmal echt einen Schlussstrich ziehen danke für eure riesige gewaltige Geduld an der Stelle und es wird ein nächstes Video folgen wo ich dann nochmal ausführlich einfach erzähle was du für mich persönlich dann in den nächsten fünf Monaten dann auf Gomera sechs Monaten so passiert ist warum ich heute der bin der ich bin denn das hat sich dann eben in diesem ersten halbjahr auf Gomera dann ermöglicht überhaupt dass diese Türen sich gedanklich mental in mir drin gefühlsmäßig auch öffnen können dass ich bereit war bestimmte Wege im Leben danach auch zu gehen jo danke bis hierhin erstmal bis gleich und gesegnet sei jeder der Liebe empfindet im Leben ihr seid gesegnet wir alle sind gesegnet lieben zu dürfen andere berühren zu dürfen und jemanden der uns was bedeutet auch näher kommen zu dürfen das ist das größte Geschenk in jedem menschlichen Leben danke dafür bis gleich ihr lieben